So, da werden wir gelandet. Willkommen im Schloss Lindblom. Und hier fängt es schon mal ziemlich mechanisch an. Schloss Metropolis Lindblom. Ich finde die Schrift hier geil. Das ist ein riesiges Schloss, sogar noch größer als das von Schloss Alexandria. Ja, das gibt's. Genau so ist es, Vivi. In Lindblom wurde eben schon immer geklötzt, nicht geklettert. Geklettert. Gekleck... Ach, mein, das heißt das Wort. Gekleckert. Mann. Nicht zu glauben, inmitten dieses Schlosses gibt es ein Luftschifter an dem Platz. Nee, das ist aus Selbstkönigin Bran, das rote Rose ohne wetteres Platz. Du scheinst hier schon mal gewesen zu sein, oder, Lilie? Ja, als Kind war ich hier einige Male. Aber heute ist das erste Mal seit dem Tod meines Vaters. Ja, was sagt denn? Da naht auch schon der Empfang, liebst, Konzessin. Ahem. Dieses Wachtschiff scheint aber auch schon mal besser Tage gesehen zu haben. Mein Name ist Garnetil Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin hier, um eine Audienz bei seiner großherzoglichen Exzellenz zu erbitten. Ich bitte euch, ihr blieb zu scherzen? Eine Prinzessin reicht nichts in so einer Klapperkisse. Außer würde eine Prinzessin doch nicht in Begleitung so als Zwielichtiger... Aber seid ihr eins, meine Unverschämtheit? Die Prozessen reißt inkognito, um keine Aufmerksamkeit, um sich zu liken, ja? Nun, wenn denn so ist, verführt ihr doch sicherlich mit euch, dass euch als Prozessen ausweist, oder? Ja. Was, die hat sowas? Diese Kette? Die Drachenkralle? Nein. Zähnelt ihr, aber die Form unterscheidet sich etwas. Ruf sofort, Minister Operta! Jose! Ha, nur weil so ein aussehender Kerl wie du bei uns bist, hegen sie Verdacht gegen uns! Naja, aber weil man allerdings auch nicht behaupten kann, du siehst so aus, hättest du Weisheit mit Löffeln gegessen, mein Freund. Keierl! Was geht hier vor? Minister, ein paar überaus zwielte Gestalten wünschen euch auch jetzt bei seiner Exzellenz. Doch das ist nicht alles, sie sind eben jetzt einer Kette, die dieser Drachenkralle überaus edelt. Ja, ja, ich übernehme unsere Gäste, ihr dürft euch zurückziehen. Sowohl! Bin ich so, Operta? Ich bitte den unangenessenen Empfang eben zu entschuldigen, Prinzessin Garnett. Bitte folgt mir, seine Exzellenz erwartet euch schon ungeduldig. Hä? Erwartet uns? Puh, Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Ich mag dieses Schloss. Oh yeah! So, hier in der Wand steht nebenbei was Lustiges. Okay, interessant ist eher. Segen des Wassers. Zum Jubiläum der 20 Jahre andauende Regierungszeit von 7.9. Angefärkte von Maurizio. Ein Platz für das Medellion? Gibt's wohl nicht. Tja. Kein Medellion. Was hast du dazu zu erzählen? Ich gönne mir gerade eine kleine Vernauffälle. Vernauffälle? Alter, das habe ich lange gehört. Aber das siehst du ja. Das kann dir als Schnurz piepten sein, ne? Aber hör ja, was ich zu sagen habe. Wunsch auch doch nicht so genervt. Mit dem Wasser teile ich ja schließlich mit jedem. Mit Worten anderer Züßel werden es von großer Wichtigkeit. Das kannst du mir ruhig glauben. Also es war damals, als ich so um dich 27 war. Ja, dann gibt's nichts hinzuzufügen. Bevor ich hier weitergehe, gibt's was zu tun. Nämlich in diesen ersten Raum hier. Lups. Da ist nämlich jemand zu Hause. Und ein paar Schatzkisten. Nämlich ein... Mugri. Schräg, schräg. Mugri nehme ich auch die gerne, die Freunde. So, als erstes die Schatzkisten auch machen. Wir machen alles mit einem Äther. Hallo, mein Freund. Na, komm. Der Mug mit CK. Und für dich habe ich einen Brief. Einen Brief von Kumog? Hurra, hurra, vielen Dank, Kupo. Tausend Dank, Kupo. Von Kumog an Mug. Stitzkin hat mich besucht, Kupo. Er sagt, er hätte einen Ort entdeckt, wo es lauter interessante Dinge gäbe. Und da ist er dahin geht, Kupo. Und dann war er auch schon wieder weg. Kupo. Aber wo genau ist er jetzt eigentlich? Kupo? Lass mich wissen, wenn du das weiß, Kupo. Oh, Stitzkin, Kupo. Stitzkin, Kupo. Aber wo du nach Lemplum bist, Kupo? Tja, wer weiß das schon. Ein, bitte, Kupo. Übergebe diesen Brief an Artura. Natürlich. Dann, Kupo. Erzählbar, ich zurzeit nicht. Danke, mein lieber Mugel. Einen neuen Brief an Artura. Das ist auch ein Mugel mit einem lustigen Namen Artura. Warum nicht? So, hier eine weitere Küste mit Kristallarmraf. Oh, stimmt, 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 wenn ich schon mal dabei bin. Kann ich mal die neuen Sachen anlegen, die ich letztens geklaut habe. Okay, da habe ich noch so einiges. Mal schauen, ob ich da nicht ist. Ach du, ach du, hallo, hallo, wenn schon denn schon. Und das ist cool. Aber ich will das noch lernen, den Bestientöter. Obwohl, da hätte ich schon was anderes, ne? Naja. So, Lederpanzer habe ich nichts anderes. Hier gibt es noch nichts. Noch nichts Bestientöter lerne ich noch. Für dich habe ich auch nichts. Und dadurch erlernt Steiner eine ziemlich lustige Ability. Er ist wieder Lichtschutz verblendet und Level Up. Er bekommt statt normaler Erfahrungspunkte 1,5 mal so viele Erfahrungspunkte wie sonst. Ist ganz nett eigentlich. Hier ist SQ Cheon. Das ist eine sehr interessante Ausrüstung. Ein Kampfhandschu halbiert die Effektivität des Angriffselementes IEL, Kälte, des Gegners. Nicht dieses eigenen, was komischweise nicht dabei steht. Und da erlernt er durch Weihrauch. Weihrauch ist die Ability mehr Schaden an Untoten. Und hier ein Zauberkirass, was Bodyguard beibringt. Bodyguard ist cool. Schützt Charaktere mit wenig HP. Kann man immer wieder gebrauchen. Gift und Galle. Ja, Level Up brauche ich jetzt eh noch nicht. Noch nicht. Aber es ist für später cool. Vor allem, wenn das Level so ewig dauert. Hab ich schon gesagt, dass es ewig dauern kann? Ich glaube, ja. Okay, dann bringe ich dir Gift und Galle bei, Lilie. Hier habe ich nichts. Noch später dauert noch eine Zeit lang. Ich sehe schon, ich muss wieder mal ein paar Ability-Punkte farmen gehen. Das dauert eh nicht so lange, wenn man weiß, wie man es macht. Der Gift und Galle ist eine coole Fähigkeit. Vor allem später gibt es im Spiel so richtig fiese Gegner. Boah, wenn man das nicht angelegt hat, das wird nervig. Achso, richtig. Es kommen immer wieder Zustände vor, die sind richtig interessant im Spiel. Oh ja, hier geht es sonst nichts. Ne, auch so ein Wächter und... Ah, hier ist noch jemand. Hallo? Oh, ist das heute eine Matrosinnen-Kluft? In letzter Zeit gibt es ja immer mehr Matrosinnen. Eine begrüßungswerte Entwicklung. Äh, seid gegrüßt. Kennt ihr euch mit Schiffen aus? Na, schon ein, zweimal gesegelt. Was macht denn eine Matrosin ins Schloss? Ich wurde auserwähnt, um das neueste Luftschmutzmodell-Test zu fliegen. Und zudem ist ja die Hildegard 1 irgendwo hin verschwunden. Und in seiner ex-jetzigen Erscheinung kann seine Exzellenz die Hildegard 2 nicht fertigstellen. Seine jetzigen Erscheinung? Oh, okay. Na, nun lass doch nicht gleich den Kopf hängen. Eines Tages wird dein Name in allem Munde sein. Als erste Pilotin des neuen Luftschiffs. Daher, kannst du mir jetzt den Namen verraten? Vielen Dank, eure Worte haben mir Mut gemacht. Schöner bist du das jetzt mit dem Namen. Also, ich heiße übrigens Zidane. Ich heiße Elin. Elin, ein hübscher Name. Also jetzt, wo es dir besser geht, könnten wir ja mal essen gehen oder so? Mh, Zidane. Leider keine Zeit für sowas. Aber jetzt nur noch Ass-Käse und harte Studium. Ja, aber... Der hat einfach kein Glück. Einfach mal. Aber was meint er, sie mir mit der jetzigen Form des Herrschers... Hm, vielleicht im Besetzungsfehler? Vielleicht geht's ihm nicht gut? Mal sehen. Auffahren! Dieser Aufzug verbindet die drei Stockwerke des Schlosses miteinander. Im Erdgeschoss fährt eine Lore, mit der man zum Hafen und zum hinteren Schloss zurückgelangen kann. Über den Hafen durch das hintere Tor konnte man auch ohne Luftschiff in das Schloss gelangen. Aber seit der Nebel aufgetaucht ist, sind beide gesperrt. Deine Passage zu gefährlich ist. Darüber befindet sich das erste Stockwerk, in dem ihr mit dem Frachtschiff vorhin angelegt habt. Im ersten Stockwerk ist es auch möglich, ein bisschen der Luftdachse in die Burgstöcke zu fliegen. Und im zweiten Stockwerk schließlich befindet sich das Gemachsein Exzellenz sowie der Konferenzraum. Seine Exzellenz und sich sind, um es dort zu finden und zu erhält man nur mit seiner Erlaubnis. Nur mit seiner. Du Lilie, was ist denn dieser Herzog Sid für so einer? Ich bin ja in einem Lippenblum zu Hause, aber bis heute habe ich den kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Großherzog Sid ist ein Mann, der immer einen Schritt vorausdenkt. Er mag gewiss auch seine Macken und Eigenarten haben, aber er war Vaters bester Freund. Ich hoffe nur, dass der Großherzog ein offenes Ohr für mich haben wird. Keine Sorgen wird dir schon zuhören, und wenn ich ihn dazu zwingen muss! Oh, krass. Wir erreichen Kürze das zweite Stockwerk. Der Großherzog ist ein Großherzog. Zerb 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 Seid willkommen, Zerb. Eine, 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 eine Juckzirpe! Ja! Euer Exzellenz! Euch ungeschenk, dein Zerb. Was? Was, Lilie? Ich dachte, du triffst diesen Sid nicht zum ersten Mal. Was? Aber Moment mal, das ist doch eine Juckzirpe. Auch die Juckzirpen sind in den Lippen ziemlich groß. Hehehehehehe. Vibi versteht Spaß. Was soll das, Lächliche, ihr Groteske? Uns beiden hat jetzt eine Juckzirpe vorzusetzen. Behandelt man Liebmung etwas so. Staatsgäste? Ich will mich beschweren! Du Bessessener hat ihr Leben auf Spiel gesetzt, um bisher zu uns schaffen. Und nun diese geleidigende Farce hier! Das ist wohl der Gipfel der Prespektlosigkeit! Bitte so beruhigt und doch, das ist doch nicht zuerst so große Erzeug. Jetzt reicht das mir aber endgültig. So, das ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht! Bartesteiner! Dieser Bart! Seid es wirklich, Onkel Sid? Okay. Heißt, er ist mit ihr Verwandt? Hm, ja, ich bin ja sick! Bartesteiner! Als ich hörte, dass du eine Kette bei dir hast, die unsere Drahtenkreis und Verwechseln ähnelt, dann wusste ich, dass du es bezirb! Unser Wiedersehen nach langem erfreut mich zutiefst. Doch bitte, ich meine jemalige Erscheinen soll entschuldigen. Zirb genauso wie meine jemalige Stimme. Bitte lass mich die Dinge erklären. Vor etwa einem halben Jahr drang ein Unbekannt in das Schloss ein und überraschte seine Exzellenz im Schlaf. Als er zu Hilften eilte, war er schon zu spät. Seine Exzellenz wurde in diese Erscheinung verwandelt und seine ehrenwerte Gemahle in die Großherzogin Hilda wurde verschleppt. Wie furchtbar! Respekt am sich unbemerkt hier in das Schloss einzuschleißen, brauchte schon jemanden, der in etwa meine Fähigkeiten besitzt. Etwa. Ein bisschen mehr vielleicht, ein bisschen weniger. War es letztes Endes vielleicht sogar jemand aus deiner Bande? Nein, Tantilos hat damit nichts zu tun, Zirb! Du weißt über uns Bescheid? Es wäre doch etwas verunruhigend, wenn ich als Herzog eines Landes nicht einmal über solche Dinge Bescheid müsste, oder Zirb! Boah, recht hat Halle recht. Onkel Zirb, ich bin heute zu euch gekommen, weil ich euch bezüglich meiner Mutter um etwas bitten möchte. Ja, das dachte ich mir schon, Zirb! Aber für heute wollen wir erst mal nie mehr gut sein lassen. Ihr seid sicherlich sehr erschöpfende, strapazte Reise. Zirb! Wir können dann morgen alles in Ruhe besprechen. Zirb! Wie ihr wünscht, dann ziehen wir uns erst mal zurück. Hier entlang bitte, die Tafel ist bereits gerichtet. Jeeey! Jeeey! Ach, dieser Gourmet-Fraß im Schloss, das ist einfach nichts für meinen Gaumen. Ich weiß gar nicht, was Lieder an diesem Zeug bloß verhindert. Ich brauche jedenfalls was Zünftiges, das gibt es genau hier. Die Spezialität des Tages ist Karpfenkröten-Schenkel-Suppe! Das ist ein langes Wort. Ah, das ist doch was! Karpfen-Kröten-Schenkel-Suppe! Das ganz normal ist. Ey, Wirt, gib mir mal eine Kehle von der Tafel-Suppe! Hoffentlich ist heute nicht so dünn wie sonst! Was? Wer mag das, wenn meine Suppe zum Helfen? Ach, du bist die deine. Hast dich ja schon länger nicht mit Blöcken lassen, alles klar? Aber immer doch, und selbst? Okay, schon so. Also einmal Karpfenkröten-Schenkel-Suppe, richtig? Kommt zurück! Verzeiht, aber steht mir irgendetwas im Weg? Aber hallo! Sagen mal... Ja? Wollt ihr jetzt was bestellen? Nein, aber wann machen wir denn mal einen Rundflug? Einen Rundflug? Ja, mit einem Luftschiff! Noch nie gemacht! Also ich sag dir, Limpum aus der Luft! Traumhafteres! Es geht... Ein Gedicht! Bist du auch gut, wenn du mit deinem Schwanzchen wählst? Du belästigt haben die anderen Gäste! Wie war das? Dann guck dich doch mal so an! Hast selber einen! Recht verfüßt noch dazu! Jetzt ist ja wohl nur deiner, du lausiger kleiner Affenjunge! Hey, Sidane! Kein Schreiber, mein Schenkel, ja? Lange ich mehr gesehen, Sidane! Oh, ich glaub's ja nicht! Ähm, wie war dein Name gleich? Nochmal, Moment, Moment, Moment... Wie zu sagen, du hast mich vergessen! Warte, ich hab's gleich! Ähm... Ähm... Mensch, bist du aber groß geworden! Du warst da schon mal origineller Sidane! Maul, Sidane! Das ist so geil! Mach ja nur Spaß! Den Namen einer feinen Dame vergesse ich doch niemals! Freier! Ich schreib' das gerne hier mit Y! Das fühlt einfach optisch besser aus als mit I! Das ist meine Meinung! Freier ist auch so ein... Moment, war das ein... ...gotischer Gott oder so? Weiß nicht, ich bin da bis dahin noch so Übung! Auf jeden Fall Freier! Wirklich nicht lang gesehen, Freier! Du scheinst dich überhaupt nicht verändert zu haben! Wie viel ist es jetzt schon her? So um die drei? Hm, drei Jahre, so! Und wie ist es dir seit damals ergangen? Irgendwas, was jetzt von deinem Geliebten gehört? Nach wie vor keine Spur von ihm! Und was treibst du in den Blumen? Doch nicht etwa am Jagdfesten willen teilnehmen, oder? Natürlich! Dann nehmt die Leute teil! Du hättest auf den Keppels ab! Das macht es interessant! Ich verstehe! Aber gib die Hoffnung nicht auf! Nimmst du einfach nicht teil, mein Beste? Ich denke, nein! Du enttäuschst mich, mein Lieber! Und? Hast du gar keinen Heimweh? In Bomechia gibt es nichts mehr, zu dem ich zurückkehren könnte! Ohne ihn ist es nur ein Land wie jedes andere! Ihr Freier sucht ihren Geliebten! So weit, so gut! Ich finde, das ist ein kreisen cooler Charakter! Hier bist du König gerade wohl auf! Ja, aber... Seit Fasers Tod ist Mutter nicht mehr dieselbe! Sie hat ihn sehr geliebt! Sein Verlust muss sich schwer getroffen haben! Zip! Und seit einiger Zeit gibt es ein ziemlich unheimlicher Mann im Schloss ein und aus! Seitdem hat Mutter gar keine Zeit mehr für mich! Ich denke, da braucht sich irgendwas zusammen! Mir scheint, als würde Mutter etwas ganz Schlimmes im Schild geführen! Doch außer mir scheint ihn, niemand im Schloss Mutters Aktivität mit Sorge zu sehen! Alle meinen, ich würde nur überreagieren, weil ich Vaters Tod noch nicht überwunden hätte! Und er dachtest du, du könntest dich an mich wenden! Schließlich standen sich den Vater und ich sehr, sehr nervt! Zip! Ja! Ich dachte, wenn ihr vielleicht mal mit Mutter reden würdet, so würde sie euren Worten sich nicht Gehör schenken! Ich wartete also, bis das Theater Schiff aus Limpum eintraf, um damit dann bis hierher gelangen zu können! Guter Plan! Mein hätte es auch ein bisschen offizieller geschalten können, aber lassen wir es mal! Durch puren Zufall aber befand sich auf diesem Schiff die Tandesluss-Bande, die ihrerseits mit dem Vorhaben der Alexandra gekommen war, mich zu entführen! Und so nahm alle seinen Lauf! Es war ja auch niemand anderer als ich, der der Tandesluss den Auftrag gab, dich zu entführen! Zip! Was? Der Herzog gibt einer Räuber-Bande einen Auftrag! Wow! Bitte? Ich hab' dein Vater damals versprochen, dies so wie mir zu umfass, irgendetwas sei's als... Zip! Hier in Limpum sind wir uns der gespannten Lage in Alexander schon seit garmer Zeit bewusst! Zip! Doch hätt' ich etwas direktes unternommen, hätt' dies womöglich noch einen Krieg ausgelöst! Zip! Bugs schuldet mir doch ein Gefang von früher, sodass ich also ihn und seine Bande einschaltete! Ich dachte, wenn mein Tandesluss dich entführt und sie schon über alle Berge verschwinden, so wird niemand eine Verbindung zu mir herstellen! Zip! Zip! Und wenn wir Dinge im Moment in Alexander liegen, so wird auch niemand unsere Hilfe bei der Suche nach dir bitten! Zip! Solange wir uns also nicht in irgendeiner Weise aufweg verhalten, bist du dir vollkommen sicher! Ohne Zip diesmal! In Doftali habe ich Schwarzmagie gesehen, seelenlose, von Magie zum Leben erweckte Marionetten! Aber es kommt noch schlimmer, unter der Regimehrschaft de Alexandras entsteht dort eine regelrechte Armee von Schwarzmagiern! In welchem Zusammenhang Vivi zu all dem steht, ist mir nicht klar, aber wenn ich mir ausmale, was geschieht, wenn Mutter diese Armee einsetzt, wird mir anders! Wir müssen das Unternehmen vor zweit kommen! Zip! Doch selbst mit einer Armee von Schwarzmagiern ist gerade keine Gegner für unsere Luftschlifflotte! Zip! Überlass alles mir, ich kümm mich darum! Zip! Ich vertraue auf euch, Großherzog! Aber, aber kein Grund so färbeln zu werden! Zip! Ich helfe dir nicht als Staatsherr, sondern weil ich ein guter Freund deines Vaters war! Zip! Vielen Dank, Onkel Sitt! Das ist mir sympathisch, auch wenn er so viel zirpt! Wo sind wir hier? Das sind die Luftschiff-Docs! Oder besser gesagt, das Herz und die Seele und das Gelieb-Lieb-Lieb-Lieb-Sieb! Aber diese Docks sind doch vollkommen leer! Und ja, dieses Doktor Nummer 1 hier dient den Schiffsbauern als wirft! Und bis noch vor etwa einem halben Jahr stand hier noch das neueste Mittel meiner stolzen Flotte! Ein völlig neuer, revolutionärer Schiffstypus, der ganz ohne die Kraft des Nebels fliegen kann! Haben etwa dieselben Leute, die euch überfallen haben, auch dieses neue Luftschiff gestohlen? Naja, die ganze Sache war ein bisschen anders! Ich war halt Zip! War da nämlich ein paar so ein süßes, junges Mädel! Naja, und ähm... Ich bin nicht sicher, ob ich ganz verstehe! Freit gegangen bin ich, alter Nanuar Leben! Und er gibt es sogar zu! Wow! Und ihren Sohn hat hinter mich in dieser beschämende Erscheinung verwandelt, Zip! Und als ob ich nicht schon genug gestraft wäre, Zip! Ist sie dann auch noch mit der Helikant 1 über alle Bär geflogen! Seitdem ist sie nicht mehr zurückgekommen, Zip! Ich habe zwar unverzüglich mit dem Bau der Helikant 2 begonnen, aber in Gestalt einer Jungszirpe geht der aber nicht recht voran, Zip! Ich schäme mich meiner selbst! All das sage ich mir, Königin Prane, kannst du dich unbesorgt, ob ich fahre es, Zip! Äh, ja! Aber das Südentor ist beschädigt, eine Passage nach Alexander also zur Zeit nicht! Mach dir deswegen keines zu Kopf! Ihre Patronen haben wir als begraut, Zip! Sobald das zwar wieder funktionssüchtig ist, werde ich dich nach Alexander begleiten! Ja, und hoffentlich gelingt es uns dann, Mutter wieder zu Raison zu bringen! Zu Raison! Das Wort habe ich auch schon lange nicht mitgehört! Okay, Zip! Es ist nichts! Ich war nur damals sehr entsorgt, als ich hörte, dass das Theater-Schiff sei abgestürzt! Zip! Aber ich schaue, als hätte Bakt ja wirklich einen sehr fähigen Jungen in seiner Truppe! Zip! Na? Der freiwillige, die die Truppe verlassen hat! Ah, aufstehen! Gute Idee! Guten Morgen, Zitane! Oh, bist voll alt früh aufsteht, Vivi! In Lindblum geht es ja ganz schön rund so! So viele Leute haben einen Ort sich zum ersten Mal! Was machen die denn alle, wenn sie mal alleine sein wollen? Hm, hier geht es immer so zu und die Leute kommen von überall her? Leute, die Luftschiff-Ingenieur werden wollen oder Leute, die Schauspieler im Theaterviertel werden wollen! Es gibt alles! Das sind wohl alles ganz kluge Leute! Naja, ein paar Drogs nicht sehr unwaggebunden, so wie ich sind, auch drunter, aber egal! Irgendwie hat es mich hierher verschlagen und ich je mich versah, bin ich bei der Tante losgelandet! Ihr wohnt alle hier? Ja, im Theaterviertel ist unser Hauptquartier! Ich kann jetzt mal gleich mal reden! Magst du vielleicht mitkommen? Nein, ich geh mir Schack anschauen! Na, wenn das so ist, dann führe ich dich an den Weg rum, okay? Das brauchst du nicht, ich komm schon zurecht! Ah, jetzt fällt der Gil! Man würde auf Deutsch sagen, jetzt fällt der Groschen! Ich würde dich nur beim Flirten stören, was? Na, dann geh und such dir ein süßes Mädel! Mockmeier, erleuchte uns das erste Mal beim Schmied! Ja, Mockmeier, erleuchte uns! Ich mag die Musik, die ihr spielt! Na logisch, Kleiner! Also spähe mal die Loschchen auf! Außerdem werde ich heute noch über die Schmieden einen Vortrag halten! Über das Schmieden von Items! Ja, machen wir mal! Und an verschiedenen Läden gibt es nicht nur die An- und Verkauf betreiben, sondern auch Schmieden, und das ist richtig geile Sache! Die ein völlig neues Item herstellen können! Man braucht mindestens zwei! Dafür bildet man zwei Items, immer zwei Items, die dann zusammengeschmiedet werden! Natürlich kostet das Geld! Die nötigen zwei Items und die Kosten sind je nach zu schmieden Items unterschiedlich, Kupo! Hier ein paar Beispiele! Ein Organik kostet zwei Silinquide und 700 Gel! Ein Dessertstiefel? Das... das nicht Dessert... Dessert! Oder doch... Dessert? Ein Dessertstiefel? Was? Egal, braucht Lederhut und eine Lederweste? Kostet 300 Gel! Und das geht so weiter! Wenn ihr noch nie bei einem Schmied gewesen seid, dann schaut doch mal bei den Lindenblumen vorbei! Da fällt mir was ein! Eine vielleicht sehr einfache Infusion! Vor geraumer Zeit soll es einen legendären Schmied gegeben haben, der ein ultimatives Item schmieden konnte! Aber bis wir den finden, wird es noch sehr lange dauern! Also, wo sein Aussehen als auch sein Aufhäuser-Sort sind unbekannt! Tja! Den legendären Schmied, wie gesagt, den werden wir noch sehen, aber Leute... Es wird noch sehr lange dauern! Also, nenn dich zurück und geh nicht sicher! So, Schmieden habe ich schon lange nicht mehr gemacht! Oh, das ist eine richtig geile Sache hier im Spiel, Leute! Darum habe ich hier auch 10... Moment, Armreife gekauft! Und Lederarmreife, weil ich nicht genau sicher war, was ich brauche, wirklich! Das werden wir noch sehen! So, aufge... Ey, Moment, 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 ich wollte gerade sagen, aufgezustand... Ah, aber ich habe gerade den Mugel da gesehen! Hallo, Kupo! Ich glaube, ich habe für dich was... Ja, nein? Nein, das ist ein Motoron! Ein Brief für Sidane, Kupo! Von Rubian Sidane! Kommt ihr bald wieder nach Alex... Äh, No Alexandria? Zu Rock? Alleine ist es jetzt so langweilig! Nee, es ist eigentlich nicht, da ich beschloss habe, in der Seitenstraße ein Kleinkunsttheater zu öffnen! Ich kann diesen Dialekt nicht, also... Ich improvisiere! Naja, eigentlich war das ja die Idee von diesem Wirt, der hat doch für Jert seine Kneipp an den Nagel gehängt und mich auch dazu überredet! Eine Freundin von dir macht ein Theater auf? Klingt nach viel Spaß, Kupo! Das war damals, wo der Wirt so eine Tafel aufgehängt hat, wo Vivi hingefallen ist, das ist dieser Wirt, und dort ist es ein Theater statt ein Wirtshaus! Ob das eine gute Idee ist? Mal sehen! Bobodur-Statue! Bobodur ist allen als der Vogel bekannt, der die Götterstage das Auga überliefert und den Menschen Glück bringt! Da der erste Besitzer dieses Etablissement ein Vogeliebhaber war, wird diese Statue seitdem traditionell von Besitzer zu Besitzer weitergegeben! Aha! Und hier hinten ist ein Gästebuch, was sehr interessant ist! Kitschige Einausstattung und dann noch dieser Typ im Nebenzimmer, Kupo, den ganzen lautharsen... Tag lauthars vor sich hin! Bitte schmeiß den raus, bevor ich das nächste Mal wiederkomme! Lani! Da steht immer wieder was anderes, je nach welchem Kapitel ihr im Spiel seid! Richtig geile Sache! So, ein AT! Hinterwäldler Ritter Steiner! Lindblom ist eine richtig große Stadt, Leute! Dieser Stadt ist so groß, ich weiß schon gar nicht mehr aus welcher Richtung ich gekommen bin! Von da drüben! Entschuldigung! Was bist denn du, Farina? Und wie leust du überhaupt rum? Ich habe mich etwas verlaufen und frage mich, ob ihr mich zum Schloss führen würdet! Hahaha! Na, das ist aber ein ganz neuer aufreiß Spruch, muss ich schon sagen! Aber eine Blechpüche mit dir muss ich leider einen Strick ablehnen! Wenn du mit mir ausgehen willst, dann besorg dir erstmal ein Vernünftiges zum Anziehen! Äh, wie bitte? Hm? Was denn, bei den Jungen, die keinen Erfolg haben und jetzt probierst du es bei mir? Naja, ich fühle mich trotzdem geschmeichelt, auch wenn ich nicht deine erste Wahl war! Herzchen! Was um alles in der Welt sind das für Gurken? Ach so, es ging ja als um die Gurken! Ähm, da sind die feinsten Gurken ganz Lindblom, die köstlichen Schweißgurken! Na, willst du noch eine? Ist das ein Gestank? Oh! Ja! Je stärker sie stinkt, desto besser schmecken sie! So was gibt es auch in Willi Live, hab ich gehört! Irgendwo in China! Ne, ich mal eine! Ach so was ähnliches, heißt natürlich anders! Oh! Ich... Ich meine, wir Einheimischen essen sie in einen Happen! Die sind ja... vorzügig! Oh! Oh! Noch eine bitte! Ja, der frisst sich auch ein bisschen auf! Auf zur Schmiede, ich will nämlich Schmiede, aber zuerst mal alles hier begutachten! Und hier, ne, war nix, ne? Ja, nix, ne? Ich muss mich erst wieder einfinden, ich war schon lange, ich bin ein Limblum, müsst ihr denken, ja. Schon lange, ja, aber ich finde den Ort richtig, Schreckschrech, Stadt richtig cool. Und Steine ist auf einmal weg, jetzt ja. In der Ecke war doch was, oder? Ah, okay, später. Hallo. Wie kann das sein? Niemand kommt mit den Leckern Gurken. Der Geschmack ist unerreicht, aber der Genug steht wohl viele. Hm, sind wohl in den Ochsenschweiß eingelegt. Ochsenschweiß! Ochsenschweiß, ich denke mir das nicht gerade sehr. Geruchhaft, so. Ist aus dem Wort. So, hier bin ich ein Häuschen, hier sind zwei Kisten. Und der Typ, der hier in der Ecke steht, ist ein Kartenspieler. Ein ziemlich guter sogar. Also wenn ihr hier Kartenspieler wollt, mit dem Typ könnt ihr das machen. Das Kartenspiel ist nicht so dringend, wie alle, wie ihr das Typen glauben. Ha, das stimmt. Also zum Kartenspiel kommen wir später, wenn ich es tun muss. Weil man bekommt nichts Spezielles dafür, leider. Sonst würde ich es gerne machen. So, wie in allen anderen Feindfänden sie... Hust, hust! Bevor ich zum Schmied gehe, wird noch eine Runde geschraubt. Hier rechts, hinten ist nämlich ein Show. Oh, stimmt, da war was. Sag mal, Sepp, gehen wir bald? Das Laden ist doch vor was von Öl. Lass uns doch in den Itemladen immer angehen. Komm schon! Noch eine Minute! Das sagst du immer. Die Rüstung sieht aber schäbiger aus. Wer würde die denn bitte kaufen? Die Linkster? Oh, wer würde die schon kaufen? Und hier hinten gibt es ein lustiges Easter Egg. Früher gab es ja so einen Zacken-Frisur, der hätte so ein Speckes-Teil gekauft. Fan-Frage! Wer ist damit gemeint? Ein kleiner Tipp, Final Fantasy 7. Wenn du es beim Jagdfestell auf die vorderen Ränge bringen willst, brauchst du alle meine Waffen! Jo, und da gehe ich mal shoppen! Toll, ich kaufe ich noch einen zweiten, dann werde ich noch... Brauche ich zum Schmieden? Mit Öl, doch... Weiß ich jetzt gar nicht. Hier, Aktspeer sollte man auch kaufen. Rute, Gabel... Jo, brauche ich nicht unbedingt. Lederreif habe ich. Grisalreif habe ich mal zwei oder drei. Dann kaufe ich mal drei. Konzerväusling habe ich noch, aber zwei davon ist immer besser. So, eine Skoscheon-Extra, Zipfelmütze, Xootus-Hoot, ja, das ist cool. Da kann man was cooles lernen, eine weitere Zipfelmütze, ja, noch eine Eisenhelm habe ich schon. Lederpanzer, K4-2, brauche ich sicher noch. Das habe ich mir draus auch, und das war's! Okay. Natürlich hat jede Waffe, die man hier kauft, eine andere Ability-Auto, und das können wir später... So, hier unten war noch was, ne? Hast du ja schon einen passenden Topf für das traditionelle Aktivistiver-Gericht? Also, einen brauchst du noch mindestens, und ich habe lauter Gute hier. Danke, ich mag keinen Topf. Hier ist ein Itemladen, und hier links ist ein Eingang, der ein bisschen unkonventionell ist. Was treibst du das? Feuer ist viel zu stark! Du nernst du es wohl nie, was die Qualität der Waffe hängt, was geht von Feuer ab. Es darf weder zu stark, nur zu hoch sein. Sei still, wir haben Kundschaft. Nur mit deinem Mund weg, da bist du gut. Puh, da hat er noch viel zu lernen. Schweden ist eine coole Sache. Dieses Feuer schmilzt sogar Eisen in wenigen Minuten. Ja, ist ein bisschen heiß halt. Er hat durchaus Potenzial, aber er ist einfach schrecklich faul. Und wie geht es dir so? Kann ich dir was für das Jagdviel anfertigen? Ju, fertige mir was an. Und zwar nämlich Baumwollkleider. Ah, es war doch Armreif und Zipfelmütze. Moment. Ich brauche kurz was zu schreiben. Ich vergesse das ständig. Armreif. Und die Zipfelmütze. Denn, das Baumwollkleid kostet bei der Herstellung 1000 Geld. Ein Armreif kostet, glaube ich, 300. Eine Zipfelmütze ist auch ein bisschen was. Da werde ich jetzt gleich schauen. Weil Zipfelmütze werden wir jetzt brauchen. Und ich werde jetzt so viel Armreife und Zipfelmützen in Baumwollkleide verwandeln. Oder halt umschmieden, sagen wir so. Und was bringt das Ganze? Ganz einfach, Leute. Ihr könnt sie mit Gewinn, mit Gewinn, ja, ich sag's nochmal, mit Gewinn verkaufen. Ja, das ist kein Witz, Leute. Ich kann's verkaufen um 2000 Geld. Ein Stück, ja. Ein Stück kostet in der Erschaffung, ich sag mal 1200, äh 1500 Geld, circa. Man macht somit fast 500 Geld, wenn nicht sogar mehr, Gewinn, indem man einfach mal Baumwollkleider herstellt und sie dann wieder verkauft. So kommt man im Spiel sehr schnell an Geld, vor allem wenn man 99 davon hat. Das mache ich gerne später dann. 99, Armreife und solche Hüte kaufen. Und dann alles wieder verkauft mit Baumwollkleider. Das ist so richtig geil, als ich dachte. Aber ich werde das nicht alle verbraten. Ich brauche natürlich ein paar noch für... Äh, für Ability lernen, so. Aurora brauche ich. War gar nicht, kann ich nicht erstellen. Wüstenstiefel, kaufe ich auch mal. Kristallschild ist eine richtig coole Sache. Aber ich frage mich gerade, ob ich das überhaupt kaufen soll, weil Beat ist es auch noch schlecht, schlecht. Okay, ich habe eh drei Kristallanreife, sehe ich, also kann ich einen machen gehen. Und den Leder, aber das kriege ich auch noch anders so. So, jetzt will ich noch eine andere Waffe machen, nämlich Organe, da brauche ich einen Silinkwindea und den Hals, da brauche ich einen Federhut. Okay. Silinkwindea, wenn ich das auch immer falsch ausspreche, und einen Federhut. Und weil ich fast kein Geld mehr habe, verkaufe ich ein paar Baumwollkleider. So einfach ist das. So kommt man sehr schnell an Geld hier. Wenn man es natürlich weiß, wenn man es nicht weiß, dann... Oh, dauert das ein bisschen länger. So, vier verkaufe ich, den Rest brauche ich noch. So, Silinkwindea, so. Und einen Hut. Oh. Habe ich nicht mehr. Oh, das ist nicht so toll. Ich glaube, Vivi hat ihn ausgerüstet oder so. Aber die müssten eigentlich abgelegt werden sein. Ach, das habe ich spät. Auf jeden Fall, ähm, grüß dich. Grüß dich? Und baue ich mir die zweite Waffe. Das wäre gar nicht mal so übel, das zu machen. Da, 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 da. So, mein Freund. Gebt er den Organik. Was brauche ich denn? Ein Federhut? Wo bekomme ich denn wieder her? Weiß ich jetzt gar nicht. So, natürlich hat jedes geschmiederte Item, Preservierte hier zum Beispiel Organik, 24 Angriff und erlernt die Ability Schwerzähle. Hier haben wir Augen auf, was wir eine richtig lustige Ability ist. Aber er ist noch erlernen. Hier haben wir Weichrauch. Oh, das wird noch etwas länger dauern. Und ich habe doch noch einen Federhut. Aber da will ich erst lernen. Zipfermütze habe ich nichts. Aber hier, das sind Abilities. Und das Kristallschild ist eine ziemlich coole Ausdruck. Wie ihr seht, erhöht man so einige Statuswerte. Und bei Level Up erhöht sich sogar eventuell eure Abwehr. Bei einem Level Up, ja? Wenn ihr das ausgerüstet habt. Wenn ihr es nicht ausgerüstet habt, ist das nicht so. Aber es ist eine coole Sache. Und hau, das Lukas wird zweimal erlernt. Oh, ja, okay. Nehme ich mal mit. Warum nicht? Es spricht doch nichts dagegen. Also ist das Kristallschild ein richtig cooles Accessoire. Erhöht einfach mal so ein bisschen die Abwehr hin und wieder mal bei Level Ups. Nicht immer. Ich glaube, pro Level Up gibt es, lasst mich raten, 0,2 Punkte auf Abwehr. Das heißt, bei 5 Level Up gibt es einen Abwehrpunkt. Natürlich ist bei späteren Ausrüstungen der Effekt größer. Aber mit dem Kristallschild kann man schon mal damit anfangen. Das ist eines von wenigen, wovon ich weiß, was sie wirklich tun. Bei manchen Ausrüstungen stellt überhaupt keine Beschreibung dabei. Da denkt man sich, was macht das denn eigentlich? Tja, die machen dann halt komische Sachen. Zum Beispiel Erhöhung eurer Statuswerte bei Level Up. Das wird nirgendwo im Spiel gesagt. Man findet das später heraus. Hier sind jeder Pans in der Beidecke. Den wollte ich noch mitnehmen. So, dann sage ich, bis zum nächsten Part. Yay! Und ich spiele gleich auf der Orgel hier. Woohoo! Nebenbei hier drin ist eine Kirche. Das ist nichts wirklich interessantes. Die Leute reden auch nicht wirklich viel gut, dass ihr... Bist du jetzt mal eine Datei-Leber? Es ist ja, sind nur Fältere an dabei. Ich denke, da hast du nicht viele Chancen. Ich denke, es ist ja, wir gewinnen entweder Ivan oder Wehner. Mal sehen. Mal sehen, ja. Mal sehen, ja. Bis zum nächsten Mal.